Du willst wieder Minusränke bekommen? Ich versteh's nicht. Ich sehe nicht, doch weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. ARD Text im Auftrag von Funk Geil Welche Map? Zwei Plätze Es gibt mir zwei Plätze Welche Map? Doktor KWC Drei Sterne Zwei Sterne Alter willst du mich verarschen? Zwei Sterne Zwei Plätze Zwei Plätze Ich weiß nicht was ich dazu sagen soll Zwei Plätze Krass Zumindest kriegst du keine Minusplätze Zumindest kriegst du keine Minusplätze wie ich Na das Egal was ich mache Selbst wenn ich hier Drei Sterne von SS kriege Ich krieg nur Minus Keine Ahnung Zwei Plätze Ich zitterne um das hier nimmst zu sein Du bist jetzt nicht Zwei Plätze 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 Ich bin der Kuss. Äh, einfach SS-Hype. Naja, SS-Hype. Die zwei Plätze. Ich weiß nicht, ob man die hypen muss. DTHR habe ich die. Okay. Versuchen wir doch mal. Niko-Niko-Duga Hype natürlich. Alter, alles klar. Als ob ich die. Alles klar. Hey, Spätze. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß nicht, was es funktioniert. Tatsächlich, ich hab sogar... oh mein Gott. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Das ist tatsächlich, dass ich beim zweiten Folge SNS schaffe. Okay, warte. Ich muss eine andere Wand machen. Also... Ähm... Okay. Okay, ne, ich bin das nicht... ne, das Timing ist komisch. Ich muss ohne Händen spielen. Oh Mann! Wieso bekomme ich nur Minus-Renke? Es macht gar keinen Spaß mehr Ozu zu spielen. Also ich spiele in der letzten Zeit richtig viele alte Webse, ich weiß nicht, da kriege ich irgendwie mein Sniger. Ich spiele in der letzten Zeit gar keine Ozu, weil es macht einfach keinen Spaß, ich bekomme überhaupt keine Renke. Das hängt wahrscheinlich, das hängt wahrscheinlich genau damit zusammen, dass du so wenig Ozu spielst, deswegen kriegst du wahrscheinlich die ganze Zeit unbedingt. Ja, ich spiele ja viel Ozu. Da spielst du ja letztens gar keine Ozu mehr. Ja, ich will jetzt kein Ozu mehr spielen. So meinte ich das. Ichでき das. Das. Da spielst du alles auf! Ich wäre mir dann und ke체, was und dann immer sicher. Nun kommt meine Ozu begern,fficiency! Es darf ich dirbald an Corinthien nochmal danach, ich sollte変 es dir." Ich nubeSO Gott, eine Hände, soll ich dir? Also ich mache information! Ich hab sogar auf einer Map, äh, Wup-Wup-Full überholt. Da hab ich mich richtig gefreut, weil ich erstmal rausgezwittert. Warte mal. Welcher Platz warst du da? Platz 27. Warte, pass aus. Ähm, zuletzt gespielt. Yesterday. Ähm, äh... Okay, warte mal. Ne, bei der nicht. Bei der hier. Platz 24 und Wup-Wup-Wup ist Platz 29. Okay. Oh, we wanna... ...dans okay so und dann. Was depletion? Par Vendek Radu – ...dans okay. Okay, ja. Frag mal Panda, ob sie auch nach Ozo im Stream bleiben wird. Warum sollte sie nach Ozo aus dem Stream gehen? Ja, ich hab einen Mikoyan. Warum sollte Panda nach Ozo rausgehen? Verstehe ich ja schon. Tana, gehst du nach Ozo raus? Nein. Wieso? Willst du, dass ich rausgehe? Ich? Nein, der, wo er gefragt hat. Glaube ich nicht, weil er hat ja gefragt, ob er danach noch da bleibt und nicht, ob er danach weg ist. Ich? Nein. Was für Sie? Wieso? Ich? Wieso? Ich? Ich? Untertitelung. BR 2018 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 Alter, zu schnell. Komm nicht hinterher. Geht's da zu Level 2? Nee, keine Sorge, YouTuber-Songs sind nicht drin. Hat er gesagt. Okay, gut. Probieren wir doch mal. Okay, gut. Okay, gut. Oh mein Gott. Mann. Mann! Tanda, peace! Bei was? Oso. Das ist schwer. Du bist nämlich besser als ich. Ich kann dir nicht helfen, wenn du wirst denn Oso ein bisschen. Das geht nicht. Endlich mal wieder Plus. Endlich. Und wieviel? 100, äh, 140. Na, das ist doch was. Wenig. Ne. Dafür, dass ich irgendwie in den letzten Tagen über 2000 verloren hab. Ich krieg Plus pro 120 Plätze. Also das 100 nicht schlecht. Ja, aber du musst wissen, ich hab voll 500 verloren, davor hab ich dann noch irgendwie 600 verloren. Es ist nicht wirklich Plus. Es ist nicht wirklich Plus. Alter, ich bin doch schon wieder zu Kaffee, Mann. Ich bin doch noch mal höchst. Wirklich. 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 In Ordnung. Wirklich. Wirklich. Vielen Dank.